Ja, sind wir jetzt wieder zurück und 17 Uhr, das heißt Clash of Clans Zeit natürlich und vor allem auch Clankriegszeit. Wie ihr das natürlich schon am Titel und an dem Thumbnail gesehen habt, es ist Zeit anzugreifen. Wir liegen mal wieder nicht gut im Rennen, wie natürlich immer. Neun Angriffe, 13 Sterne, die haben sechs Angriffe, 14 Sterne. Ja, irgendwas machen die anscheinend besser als wir. Wir haben auch erst zwei geholt. Ich habe noch meine beiden Angriffe übrig und ja genau, schlägt er mir so eine Anti-Hawk-Rider-Base vor. Das ist wunderbar. Kann ich natürlich nicht nehmen. Ich muss natürlich eine nehmen, die ich auch schaffe. Was ist der mit Mohamed? Wir gucken uns jetzt einfach mal so, ja, also ne, sag nicht, die haben alle die gleiche Base. Nein, da lache ich aber. Nein, nein, Leute, nicht. Das schaffe ich doch nicht. Oh, wollt ihr mich verarschen? Was mache ich denn jetzt? Die haben alle eine Anti-Hawk-Rider-Base. Alter, dieser hier auch, aber nicht so ganz. Oh, nö. Das gefällt mir ja gar nicht. Das gefällt mir ja mal überhaupt nicht. Den kriegen wir auch nicht, da kriegen wir die Truppe nicht rausgelockt. Boah, übel. Ja, den, den nehmen wir. Den nehmen wir. Müsste ich vielleicht sogar schaffen, die Truppen halbwegs rauszulocken. Werden wir dann gleich mal sehen. Shiraz, müssen wir uns mal merken. Vielleicht finde ich auch noch einen besseren, wer weiß. Müssen wir überlegen. Müssen wir überlegen. Was habe ich denn überhaupt an Truppen zur Verfügung? 28 Schweine, 25 Bogis, 25 Barbaren, ein Riese, 5 Mauerbrecher. In der Burg habe ich... Oh, zwei Bogenschützen Level 6 und sieben Magier. Okay, jetzt gucken wir mal eben kurz, wen ich denn hier hatte. Ich hatte, glaube ich... Wen hätte ich denn mir jetzt ausgesucht? Ich hätte mir doch Shiraz ausgesucht, oder nicht? Wo ist der denn? Wo ist denn der Shiraz? Iman, Maslu, Evil Return, Milad. Was? Bin ich jetzt blind, oder warum habe ich den... Warum habe ich den jetzt übersehen? Ja, wieder ein Stern, geil. Jetzt haben wir... Alter, wir kommen auf keinen grünen Zweig, ey. Ich gucke jetzt einmal mal von hier. Von Shaz... Shazza, Shazza. Ja, die kann man schon mal nicht nehmen. Oh, 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 oh. Das sind alles diese Anti-Hawk-Rider-Bases. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Mist. Oh, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mir verarschen? Hm. Ach hier, ach Shiraz ist ja der Clan, ich dämme. Ich bin doch blöd. Ich bin doch blöd. Ähm. Ich kriege die Clan-Truppen überall nicht rausgelockt. Das ist die Scheiße, ne? Das ist das, was mich so ein bisschen ankotzt, dass ich einfach die Clan-Truppen nicht rausgelockt kriege. Jetzt habe ich natürlich auch die Schweine gemacht. Die werde ich natürlich auch benutzen. Äh. Ich nehme jetzt den von eben. Oh, der hier war eh schon Angriff von Chan. Hm. Gefällt mir nicht mit den Clan-Truppen, dass ich die nicht rausgelockt bekomme. Egal. Wer hatte ich denn? Ich hatte aber eben noch einen anderen, oder? Warte mal. Mann, 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 Mann. Ganz ruhig mal gucken. Den hatte ich nicht. Mann, ich muss unbedingt... Ich will unbedingt Sterne holen für unser Team, aber das wird schwer werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Weil die sich echt was dabei gedacht haben, glaube ich, bei ihren Lagern. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Na gut. Ja, wir probieren es mal, würde ich mal sagen. Ich versuche mal, ein, zwei Schweine zu opfern, um mal was rauszulocken. Den Barb-König. Ja, komm. YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Hier an die Seite. Da kommt überhaupt nichts raus. Verdammt. Da würde ich denn wirklich... Ah, da ist auch ein... Da ist auch so ein verkackter. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Jetzt kommen nämlich erst die Truppen raus. Oh, oh. Ja, genau so hatte ich mir das nicht gedacht. Aber immerhin haben wir jetzt alle Truppen rausgelockt. So. Immerhin haben wir jetzt endlich mal alle Truppen rausgelockt. Oh, Alter, sind das viele. Magiata, auch noch am Start. Ah, das wird eine interessante Runde, hab ich das Gefühl. Könnte eine interessante Runde werden. Na gut, wir versuchen's trotzdem mal. Ich hab auch nur noch meinen... Meinen Riesen hab ich noch... Äh, mein, mein, mein... Na egal. Wir probieren's einfach mal aus. Wir probieren's erstmal aus. Eieieieieiei. Das wird schwer. Das wird schwer. Von hinten die Bogenschützenkönigin. Schafft ihr es? Nein, die Bogenschützenkönigin geht auf das Lager. Wie blöd ist die denn? Los! Boah, die ist gleich kaputt. Alter! Alter, jetzt muss ich hier ja schon mit allem, was ich hab, angreifen. Das ist natürlich auch geil. Das ist natürlich auch mal wieder ultra pornös, muss ich sagen. Mein Gott, ey. Das wird wieder ein Reinfall. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Aber noch gebe ich mich nicht geschlagen. Noch gibt sich der Papi nicht geschlagen. Auch wenn jetzt natürlich die Zeit uns auch wieder davonläuft, aber wir probieren es einfach mal weiter. Los, Schweine, los. Es wird knapp. Es wird knapp. Es wird knapp. Wir werden es auf jeden Fall schaffen, alles zu zerstören. Die Frage ist nur, reicht das dann noch von den Truppen? Ja, zwei Sterne. Los, los, Leute. Wir schaffen das. Oh, jetzt beginnt die wilde Fahrt. Nein, in der Mitte sind tot. Nein, das schaffen wir nicht mehr, oder? Schaffen wir nicht mehr, schaffen wir nicht mehr. 30 Sekunden. Ja, ist die Frage. Nee, 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 nee. Das wird nicht mehr reichen von der Zeit. Ey, da oben hat jetzt auch noch was fertig gemacht. Fuck. Ich habe nur zwei Sterne geholt. Schade, ey. Es wäre viel mehr drin gewesen. Aber es hat auch am Anfang, am Anfang hat es zu lange gedauert. Nein. Sie macht es prozent. Na, egal. Ich sage immer, wenn jeder zwei Sterne holt im Clan-Krieg, dann bin ich ja schon zufrieden. Und jetzt werde ich meinen nächsten Angriff auf jeden Fall mal überdenken. Ich habe nämlich eine Idee. So, Papi hat nämlich jetzt eine Idee. So, empfohlenes Ziel. Ali Escu. So, spielen. Jetzt werden wir nämlich erst gucken, was das empfohlene Ziel ist und dann angreifen. So. Er hat dreimal Luftabwehr, aber ganz gut ausgebaut. Warte mal, gibt es da nicht nur einen, der ein bisschen weniger Luftabwehr hat? Dann nehme ich mal ein paar Drachen. Nee, doch zum Beispiel. Ja, den nehmen wir doch. Nee, da gab es schon einen Stern. Scheiße. Da hat Kray schon einen Stern geholt. Er hat auch wieder die Luftabwehr, da alles relativ zentral. Ja, die haben natürlich alle die gleiche Base. Das ist natürlich nicht so ganz so tutti. Aber wir werden mal sehen. In hier vielleicht, könnten wir vielleicht kriegen. Ich probiere es, glaube ich, einfach mal mit Drachen. Was soll's. Ich versuche es, glaube ich, einfach mal mit ein paar Drachen gleich. Beim zweiten Angriff, warte mal. Machen wir mal hier. Müssen wir uns ein bisschen vorbereiten, auf jeden Fall. Zwei Wut, ein Heil, würde ich mal sagen. Passt ganz gut. Machen wir ein paar Drachen fertig. Und ansonsten brauche ich auch gar keine Truppen. Man braucht ja nur Drachen. So. Dann würde ich sagen, Leute. Ähm. YouTube. Äh. Grüßt zurück, würde ich mal sagen. Ja, würde ich sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. Zwei Sterne ist ja okay. Kann man mit Leben mehr zeitlich. Natürlich immer so die Frage. Ich hatte die Schweine jetzt halt schon gemacht. Aber gut, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim Drachenangriff. Auf wen auch immer. Irgendeinen von Chiras oder wie die Iran auch immer heißen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat hier. Und so weiter und so fort. Abonnieren nicht vergessen. Ciao.